Was ist das denn? Also mach und schreib, mach weiter so, ich fühlte das Bock noch. Der Radio Regenbogen WhatsApp-kanal, jetzt bei WhatsApp im Menü auf aktuelles, dann in der Kanal Suche Radio Regenbogen finden und abonnieren. Am besten auch die Glocke aktivieren, schon seid ihr immer informiert, wenn's passiert. Die Glocke ist auf der Kanal und schreibst. Und wenn du nicht gefunden hast, dann findest du gut. Und wenn du nicht gefunden hast, dann findest du gut. Ich bin sicher, aber ich weiß nicht. Aber es ist doch klar, dass der Transport ist. Es ist kalt. Ich salue die Kraft. Es ist 17.30 Uhr, halb 6, jetzt das Wichtigste vom Radioregenwogenverkehrsteam. Vorsicht bitte auf der A8 Stuttgart. Hier steht ein defektes Fahrzeug auf dem Seitenstreifen. Das war es auch schon, aber geblitzt wird noch. Und zwar in Rottweil in der Königstraße, in Lörrach in der Zeppelinstraße und in Maxell in der Pforzheimer Straße. Habt ihr noch irgendwo irgendwas gesehen? Schickt uns eine Sprachnachricht über die Hd-Rekro-App oder einfach via WhatsApp an die 08000, pardon, 34, 30, 36, weiterhin gute Fahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wie ich mache? Ich mache das. Ich mache das. Ja, das ist. Ich mache das.